Vor 28 Jahren haben sich Pierce Brosnan und seine Ehefrau Kili kennengelernt. Zu dem Jubiläum öffnet er das Hochzeitsalbum der beiden. Pierce Brosnan, 68, ist auch nach knapp drei Jahrzehnten mit seiner Ehefrau Kili Shay Smith, 58, noch verliebt wie am ersten Tag. Zum 28. Jahrestag ihres Kennenlernens teilte der Schauspieler nun einige Fotos ihres Hochzeitstags auf Instagram. An diesem Tag vor 28 Jahren, dem 8.04., haben wir uns in Cabo San Lucas, Mexiko, kennengelernt, kommentiert Brosnan die Fotoreihe. Und haben drei Jahre später, am 4.08., im Ashford Castle in Irland geheiratet. Weiter schreibt Brosnan, 4884, meine Liebe für immer, du hast mein Leben zu einem voller Freude und Glück gemacht, das Licht meines Lebens. Brosnan ist fünffacher Vater, der Schauspieler und die Journalistin teilen zwei Söhne, geboren 1997 und 2001. Aus seiner ersten Ehe mit der bereits verstorbenen Cassandra Harris, von 1948 bis 1991, stammen drei Kinder, die Söhne Christopher, 49, und schon 38, sowie Tochter Charlotte, die 2013 im Alter von 42 Jahren an Krebs starb. Of blew! TEXT STALEN stress ip reus